Hey Leute, es sind wieder neue Herausforderungen freigeschaltet. Das Geheimnis, ein meteorischer Aufstieg. Wenn ihr alle Herausforderungen sicher erreichen wollt, dann abonniert jetzt kostenlos meinen Kanal. Ihr werdet das Abo bestimmt nicht bereuen und teilt das Video mit euren Freunden. Am besten macht ihr diese Herausforderung in Gruppenkeile. Als erstes fliegt ihr direkt zur Filter Town und im Vorbeifliegen habt ihr schon das erste Rissort kassiert. Der zweite ist bei Loot Lake im gleichen Flug zu der Kristallkugel, wo ihr den Riss dann benutzt, um zum dritten Ort zu gelangen. Retail Row. Wenn ihr alle Herausforderungen vom meteorischen Aufstieg gelöst habt, dann bekommt ihr einen neuen Skin, den Wissenschaftler. So, ich fliege noch über das ZD Depot hier rüber. Da hinten sieht man schon die Blase von dem Rissort. Ich komme da zwar nicht genau hin, aber schon ziemlich in die Nähe. Und, ja, ich habe noch keine Waffe, also muss ich mir irgendwas unterwegs hier besorgen. So, und jetzt ist... Jetzt laufen wir mal schnell dahin. Ja, wir sind schon nicht weit. Gleich haben wir diese Aufgabe geschafft. So, zwischen den Bäumen, falls uns einer anschießen will. So, da, da ist eine Waffe. Perfekt. Und schon ist fast die Aufgabe gelöst. So, da ist sogar im Gebäude noch einer. Retail Row. Perfekt. Nochmal vergesst das kostenlose Abo nicht, dann verpasst ihr auch kein Video mehr mit der Auflösung der Herausforderung. Und nicht vergessen, die Glocke aktivieren, Like da lassen und kommentieren. Und teilt das Video mit euren Freunden. Bis zum nächsten Mal, euer Remy. Bis zum nächsten Mal, euer Remy.